Herzlich Willkommen zum nächsten Let's Play Templar. Ich bin immer noch auf Wadenfell und heute machen wir mit den Guildies zusammen die Weltbosse. Viel Spaß dabei und bis gleich. So. Ike? Mr. Klotopf, wir warten auf dich. Der hat auch du nicht genau. Jo, hör mal besser drauf. Nicht, dass der Haussegen schief hängt. Ich hab den Einladungslink mal in den allgemeinen Channel gepostet. Kannst du dem Kumpel da kopieren? Dann kann er auch gleich mithören. Er soll dann einfach im öffentlichen Bereich in den Off-Topic-Kanal gehen und dann zieh ich ihn hier runter. Na gut. Wollen wir trotzdem anfangen? Weil der Ike hat die eh schon fertig. Jetzt müssten wir ja eigentlich alle da sein, oder? Tja, dann mal ran an den Speck. Feuer frei. Wir wurden verraten. Die fallen über uns her. Mh. Hallo, geht's noch? Ich bin der Heiler. Ich möchte nicht gehauen werden. Das hättest du vorher ankündigen müssen. Erledigt. Boah, das war ja hart. Langsam hackt er rein. Wieso? Was? Was hackt denn? Ey, solltet ihr aufs Dach hochklettern? Ich glaub langsam reicht's. Ach, was ist das denn hier unten? Ich dich nicht verstehen. So, äh. Hä, wieso bin ich denn noch in Fight? Ich würde mal zum nächsten porten, oder laufen wir da einfach gemeinsam hin? Du könntest ja hin porten. Können wir einfach reiten, bei diesem Fight. Mhm, nehmen wir jetzt den südlich, ne? Ja. Wenn ich mal ein Tastaturlicht anbekommen würde, könnt ihr ja mit reiten. Was war denn für ein Tast, denn? Was ist ein Reiten für ein Tast, denn? Ha! Ja, geht ja nicht. Das will auch kurz. Jetzt. Oder wollen wir jetzt auch hier, äh, im Gänsemarsch mitschaufeln? Das dauert zu lange. Ich weiß, ich weiß jetzt, wie die Tast, da heißt. Zum Langsamgehen. Ich glaube, Ypsilon. Für das Pet? Ypsilon? Ne, für dich selber, damit du ganz langsam gehen kannst. So schreiten. Aber wer will das? Keine Ahnung. Na ja, manche, manche Menschen rollen das. So Rollenspieler machen das häufig. Jo, hab ich auch gehört. Aber nur manchmal machen wir das. Ah, Abgrund. Na ja. Tja, da sieht man mal, wer das Pärtchen gespillt hat. Ja, ich hol grad alle ein. Ja, ich hab' nur Traktlast. Ja, ja, ich auch. Ja, ja, ich auch. Ich täte mal fast denken, wa? Ne, die anderen sind da. Ne, das ist im Vulkan, der Kerl. Der ist hier. Ah, alles klar. Im Vulkan. So ist er. Aber wartet mal, es sind noch nie alle da, ne? Bevor ihr jetzt anfangt. Ja, ich stehe. Ja, ich hab's auch ein Bus unter mich gemacht. Wupp. Wupp, wupp, wupp. Der ist doch so viel. Alla, machst du eigentlich Fotos? Hm? Machst du Fotos? Die hängen geblieben. Der, wo die Rüstung haben wollte, schreibt mir die einfach mal, oder der soll mir mal anschreiben. Hm. Halt! Bleib doch wohl alle stehen. Set, meinst du, hergestellt? Ich? Ne. Sie bleibt stehen. Ich mach dir das doch. Ich mach, also wer irgendwer, irgendeiner braucht, dann hab ich die Set. Ich wollte das ganz gerne haben, ne? Schreib mich einfach an. Gut, ready? Ja, go. Mach ich sofort. Moment. Mach mal was, was ich empfehle, je klinge. Mann, warum geht die Kette nicht? Irgendeiner ist raus. Was ist denn raus? Äh, nie Kapi. Der hatte noch irgendwas anderes zu tun. Die Regierung hatte gerufen. Siehste, deswegen steh ich auf Anarchie. Ah, mein Spruch. Hier ist auch noch ein Ahnengrab. Aber das habt ihr ja alle schon. Nene, nene, nö, ich nicht. Ihr seid verrikt. So, wo ist denn der Nächste? Ja, bist du selber schuld, weil belastest du dich auch mit uns? Juli Punt ist der Nächste, ne? Ja, mein Liebling. Da müssen wir aber, ich wär mal porten, wa? Oder lauf doch. Ich bin schon am porten. Könnt ihr zu mir porten, wenn ihr wollt. Okay. Machen wir doch glatt. Ich kann euch immer noch nicht so einordnen, wie ihr hier ingame heißt. Äh, ich bin Verena und ich heiße auch Verena. Ich bin Alex und ich heiße auch Alex. Boah, ich genut heiße Alar. Ich glaube, das ist ein einziger Bein, die ich auch so. Das ist nicht schlimm. Wenn du öfters hier bist, dann kannst du die Stimmen irgendwann zuordnen. Oder auch nicht. Ja, ich glaube, ich muss mir das mal anzeigen lassen, dass immer die Account-Namen eingeblendet werden im Spiel, ne? Ja. Geht das in der Gruppe überhaupt? Wenn du auf P drückst, siehst du dann, wenn du mit der Maus drüber gehst, die Account-Namen auch. Wer, wer ist. Oh Mann, wie kommt man denn hier durch? Aber irgendwo konnte man das auf jeden Fall auch einstellen. Das ist immer automatisch. Ich glaube, danach. Ich bin nicht mehr hinterher, ne? Ich bin hier falsch. Weiß ich. Geritten. Deswegen verstehen die, warum du dich dann geportet hast. Der Portsch da hinten ist viel schneller. Hinten der? Ja, der rechts daneben. Dann porte ich mal dahin. Suran, oder? Hm? Nein. Ah, du bist ganz leise. Ich muss dich mal... Was ist das? Ich? Ich kann dir das selber lauter machen. Ich hab dich für mich schon lauter gemacht. Gibt's hier bei dem einen Trick, Ike? Was für einen Trick? Na, weiß ich nie. Ich hab den noch nicht gesehen. Keine Ahnung, wer das ist. Wenn ich gleich da bin, weiß ich das. Weißt du, wie lange das her ist, dass ich je war? Nein. Woher soll ich das wissen? So lange kann's ja noch nie her sein. PS4-Zeit. Ja. Also mindestens zwei Jahre. Guck mal, so alt bist du doch, Gornini. Ja, doch. So lange kann das Gornini her sein. Doch, doch. Da ist so viel Stuhlstoff reingeflossen, dass er das alles verdrängt hat. Okay. Na gut, das stimmt eigentlich auch nicht. Hier komm ich nie durch. Ich bin da. Ach, das ist der. Der hat einen Flasch. Boah, jetzt häng ich hier auch noch fest. Das kann doch nicht wahr sein. Wie ist das nervig. Ja, ich komm hier auch nicht. Wollte ich auch unter. Ja, oder was? Ja. So, hast du gesehen? Ja, aber... Ja, aber... Ja, jetzt. Ja. Was brauchst du, der Julianus? Bitte nochmal? Was brauchst du, der Julianus? Göttlich. Ja, Göttlich. Alles klar. Göttlich und Max Magica. War gewünscht heute Mittag. Trieb ich jetzt nicht. Ja, das ist richtig cool, wenn du das machst. Das wäre nice. Dann musst du mir sagen, was du dafür für... Nix. Was brauchst du? Wie nix. Nix. So was machen wir bei uns nicht mit Bezahlung. Hab ich... Hab genug. Hab genug. Hab genug, daran liegt nicht. Ja, aber da fühlt man sich ja immer schlecht. Nein, du brauchst uns nur deine Seele verfinden. Ja. Ja, aber da hat er doch sowieso schon. Mit dem Eintritt in die Gilde. Ja, irgendwann bräuchte ich mal als DD, da passt das schon. Da glaubst du, findest du andere, die ein bisschen Schaden machen. Ja, da zieh ich schon hin, mich bei mir. Bei uns hat das nämlich aufgegeben. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, ey. Und Topfen und Malz verloren. Der einzig, wo ich sympathisch ist, ist der Mario. Dem ist alles egal. Wir müssen auf zwei Leute warten. Ey, was ist denn mit diesem perfekten Tastattoo, ey? Wir haben ja auch nie behauptet, dass wir sympathisch sind. Nee, hab ich auch nicht. Ich bin im Arbeitsvertrag drin. Doch, bei mir schon leider. So, warte mal, sind alle da? Nein. Nein, ich bin noch zwei. Okay. Drei fehlen. Hättest du können, ich lese es erst jetzt. Das brauche ich nämlich auch für mein Häusel hier. Was denn? Die ganzen Weltbosse. Hier bin ich mit meinem scheiß Norddk mit Level 6 reingelaufen, weil ich irgendeine blöde Quest hatte. Und? Das hat kurz Röms gemacht, dann war ich tot. Dann habe ich im Chat gefragt, ob mir irgendjemand helfen kann. Und dann kamen zwei. Und die haben dann ein Plankhauen. Nee. Große. Richtig große. Alle da? Und ich habe noch den blöden Reizskill. Ach, hier war doch... Irgendwas war hier. Bis jetzt sieht das gar nicht so schlimm aus. Sonst geht er doch immer automatisch weg, der Reizkill, oder? Hm, aber nie, wenn man im Kampf ist. Ach so. Und da war ich vorhin bestimmt noch im Kampf. Und da bleibt er dann leider in der Leiste. Das ist scheiße. Der ist ja einfach hier, ey. Ja, sag ich doch. Was macht denn ihr euch alle so im Kopf? So, mit genug Leuten geht alles. So, wo müssen wir jetzt hin? Äh, ganz unten. Ich porte. Nee, lauf erst nach rechts. Dann hast du den gleich. Okay, Chef. Nach Osten meinst du? Ja, nach rechts. Nach links. Ja, was nach links? Was geht denn bei euch jetzt? Das hängt davon ab, wie rum du auf die Karte guckst. Ja, also wer schaut verkehrt auf die Karte? Das hängt nicht davon ab. Auf dem Bildschirm lauft er nach links. Nee. Nee, nach rechts. Wir laufen nach rechts. Auf dem Bildschirm lauft er... Weiß nicht, hast du da ein Bild gespielt? Nicht auf die Karte. Ich schau nicht auf die Karte. Und da lauft er eindeutig nach links. Nee, dann lauf ich gerade aus. Ja, ich lauf gerade aus. Okay, gleich. Ich glaub, dann kann er zusehen. So. Okay, geh. Entschuldigung. Das rächt sich alles. Okay. Ups, jetzt einer... Jetzt soll wieder da liegen, in der Verbannungszelle, und ich bitte beschwärst, dass du stirbst. Geh nach Hause. Mann. Es muss immer einen Quotentoten geben. Nee, das lag dort eindeutig am Tank. Der hat das einfach hier hingekriegt, die 20 Deodros da für ein paar Minuten festzuhalten. So ein Spaß, Alter. Bei 21 Deodros da mitklappt. Also halt Zeit, Alter, leise. Überhaupt kein Plan, der Typ. Klappt bei 21 Deodros da. Der heilt ja noch rum. Ach, schön ist es. Und der Heid hat dich mal geheilt. Ja, 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 klar. Ja, und der Heid. Aber wie kommt man zu dem hin? Ja, da wo ich stehe. Ja, du stehst aber dort, wie kommt man zu dir? Ja, man läuft genauso wie die anderen, über den Berg. Über den Berg. Hey. Muss ich den jetzt abholen? Nö. Ich glaube, wir haben es. Ja, genau. Jetzt läuft er zu mir. Genau. Juhu. Jetzt hat Viecher. Müssen wir da rein? Ja, aber warten noch mal alle anderen. Ja, ja. Wir warten da erstmal. Das ist innen drin, ja. Ach so, wir haben noch Freunde mitgemacht. Ich frage mal gerade noch, ob der Alexius mit will. Nach links laufen, der wo gerade unten läuft. Andere Richtung, umdrehen. Der wo gerade noch nicht in der Gruppe ist. Ja, jetzt einfach weiter geradeaus laufen. Immer weiter. Weiter, 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 weiter. Kommt Buzzi eigentlich nicht mit. Immer weiter. Dann kommst du auf die Straße gleich, dann lässt du immer weiter. Keine Ahnung. Jetzt nach rechts. Auf der Straße lang. Jetzt nach rechts gucken, da ist ein Felswand hoch. Genau da. Das scheichert ja wieder so dolle Pinsel. Jetzt wollten sie mich schon wieder für die Drachenstern-Arena einkassieren. Da habe ich aber heute gar Bock zu. Weil ich da schon morgen drin bin. Das kann ich mir dann. Zwei Tage hintereinander brauche ich das nicht. Alle da? Was? Alle da? Ja. Alle da. Okay. Guck dir das an. Nee. Ich habe schon wieder den demnischen Reizgill. Nichts. Ich glaube es kann sein, dass ihr irgendwo einen Froststab spielt. Nö. 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 Kannst du aber keine Agro halten, wa? Ja, zwar, ich sehe das, dass man die Frosster spielt. Ich spiel nie mit dem Frosster ab. Hä? Ich hab noch hier unerschrockenen Taunt auf der Leiste. Alex, kannst du deinen Händler mal rauspacken? Schlägt hier. Aber logisch. Da ist er. Äh, wo ist er? Hier, wo es springt. Könntest du mir porten? Hm, mach mal klein. Nee, ich hatte dummerweise noch den unerschrockenen Taunt drauf. Hab mal kaum gemerkt. Hmhm. Ich weiß, weil ich einfach ein super Tank bin. Hm. Das mach mal dann mit deiner Verbannungshilte noch einmal. Hmhm, mach mal. Ich steh dann da an Heil. Hmhm. Mit deinem Elan. Ja, was denn sonst? Der ein Tastenheiler funktioniert nur mit dem Zauberer-Pad. Nein, nein. Du stehst dann da und heulst? Ja, das können wir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat das Mikrofon wieder ausgemacht. Kurz was sagen und wieder raus mit dem Mikrofon. So, Leute. Ich musste einen Augenblick raus. Wir haben hier ein kleines Familienproblem. Ähm. Ich sag erstmal Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Heute ist Tag der Familienprobleme. Kann das sein? Ja. Guck an. Ist nicht gut. So, wo wollten wir ihn jetzt hin poppen? Zu Mike, ne? Ja. Ja. Ach, Joa. Was denn jetzt? Ach, Freddy hat sich gerade seinen, ähm, Pinna-Culada hier hochgeholt. Und, äh, muss ich gerade dann denken, unser bester Freund hat eben bei uns den Rasen gemäht und Freddy sitzt jetzt hier und gönnt sich erstmal den Kör da drauf. Weil der darf ja nix mit ihm im Garten machen, hat der Chirurg ihm ja bisher verboten. Okay. Äh, apropos. Warum kommt Freddy nie mit? Der hat keine Lust. Sagt er. Das ist ganz schön frevelhaft, ne? Hm. Keine Lust auf uns? Ach, ähm, hat weniger was mit euch zu tun. Na, das würd's jetzt auch sagen. Hehehehe. Ähm. Das muss man nochmal auszuputieren. Ich glaube, wir können nicht mehr warten, weil die uns hier gerade angreifen irgendwie. Oh, hab ich mehr. Na dann, macht los. Dann macht mal. Naja, wär natürlich nicht schlecht. Ja, wir sind schon da jetzt, glaub ich, oder? Ne, sind noch nicht alle da. Oder? Ja. Aber ich will, also ich mach ja eh keinen Schaden, also von daher. Ne? Schöne Grüße an den Freddy. Ja, schöne Grüße von den anderen. Er hat nur einfach keinen, keinen Elan heute mehr. Ich hab ihn. Kann ich ihn geben. Ach, verdammt, wie kommt er denn da hin? Äh, musst du rumlaufen an der Straße lang? Naja. An dem Weg. Du kommst da von Osten dran. Mhm. Das ist auch schlecht. Osten ist das, was du als links, äh, bezeichnet hattest vorhin. Osten ist rechts. Ja. Genau. Bei Ala ist das links. Bei mir ist das links. Nein, das ist rechts. Westen ist links, Mensch. Genau. Ey. So, wenn er euch beeilt. Macht sich nicht läppern. Jetzt geht das richtig los, also von daher. Machen wir nie, würden wir nie tun. Ach. Bleib doch mal stehen hier. Das ist doch Conny schön. Hau jemand anders. Sie hält mich am Leben. Was? Jetzt liest mein Mann mir auch noch die Nachrichten vor. Ich würd's gar nicht wissen. Gab's was interessantes? Ja, auf irgendeinem Prinzen ist ein Appendorf. Oh, wie Gottes Willen, der Arme. Mach es aus dem Spiel! Du bist doch echt ein blöder Hund. Nee. Ey, mein verarscht mich. Ich will ne Autie. Das ist was im Spiel gewesen. Das kann ja nicht wahr sein, ne? Warum ist das hinter mir her? Wir sind so viele Leute. Nein. Ich müsste heiler. Weil du bestimmt wieder nur im Bikini hier rumrennst. Nein. Oder den Eistab hast. Auch geschlossen. Auch nicht. Was das jetzt? Wieso kommt jetzt... Ne, ne, das war's noch nicht. Jemand muss den Riss stören! Naja, und wie soll ich das machen? Wie ist der Hockler? Der hat doch schon 2,8 Millionen. Ja, genau so! Weiter so! Wieso ei hat er eigentlich da hoch? Verledigt. Ich bin nur dankbar. Ach, dort muss er an das Port. Habe ich gerade einen Wegschrank. Dass ihr meinen Fehler einhaut. Äh, wir müssen jetzt ganz runter, ne? Ja. Ja, den hab ich. Lasst mich allein. Ich auch. Ich bin schon unterwegs. Oh, ich bin schon unterwegs. Oh. Achso, gut. Vielleicht prüfe ich noch einmal alle Berechnungen. Hab zwar meine Pallen schon genommen. Mit ein Stück Eis drin. Ihr könnt, wenn ihr möchtet. Mhm. Hier liegt irgendwo ein Buch. Das hole ich mir jetzt mal schnell. Muss ich mal fix hier einbrechen. Oh, ich hab Magier-Gilde eben abgeschlossen. So, geht's jetzt. Ne, das ist ja so ein spezielles Farbenfell-Buch. Ja, da musst du einbrechen dafür. Das fand ich ein bisschen doof. Weil meine einen Brust-Gilds nicht so die besten sind. Mhm. Oben klafft die Naht etwas auf. Müsst ihr aufpassen. Ist der unten? Ist das... Liegt das unten? Ja, ne? Ach, das ist der beim Schiff jetzt, ne? Ja. Vielleicht hab ich mich vorhin nicht klar ausgedrückt. Ich möchte, dass ihr geht. Hab ich. Ich bin ja schon froh, dass wir den Geist wirklich haben. Wir müssen mal gleich nochmal machen. Den ersten. Ja. Ich komme. Ich bin Pleiter. So. Ey, das Analysieren von den Sachen, das dauert echt immer ewig, ne? Hm. Von den Gegenständen. Ach ja, der, der war auch böse hier. Hab jetzt 10k mal 10k eingezahlt. Bei mir oder, äh? Hä? Lässt du denn? Komm. Put, 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 put. So. Da ist ja jemand dabei und der stirbt ja die ganze Zeit. Na, warte mal. Sind ja noch nie alle da. Lassen du sterben. Ey, warte. Dach. Sieht ja, dass wir hier sind. Dass wir das können. Hm. Ich will aber noch ein bisschen Bufflefoot nehmen. Alle da. Gott. Halt. Stehen geblieben. Was steh? Ich bleib stehen, okay? Gott. Jetzt. Mal loslegen. Fürs Familienalbum. Ich muss dazwischendurch Bilder machen. Ich muss dazwischendurch Bilder machen. Wirst du bereuen, dass du diesen Skill jemals entdeckt hast. Das haben viele Schöne, wie gesagt. Du wirst den Tag verobfluchen. Komm, hör auf zu Jermann. Komm zu Papa. Jetzt fehlt mir nur noch die erste, weil ihr habt ja auch nicht wach. Aber du hast doch gesagt, du hast die alle schon. Ja, auf dem anderen Account. Ach so. Na gut, dann port ich mich wieder da hoch. Haben alle alle? Ja, vielen Dank. Habt ihr vielen Dank fürs Helfen? Ihr fehlt da noch einer. Nee, ich hab 6 von 6. Die beiden rechts, die haben wir doch noch gar nicht zusammen gemacht, oder? Warte. Doch, alle gemachten. Ja. Na gut. Hast du die nicht? Doch, ich hatte die schon. Ich hatte ein paar Paar von so ein bisschen vorher abgehakt. Ja, aber ich hatte die vorher definitiv nicht und jetzt habe ich alle. Okay. Na gut, ich komme aber nochmal mit. Ähm... Ähm... Ja, seit ich jetzt den PC neu habe, geht das alles jetzt schon etwas schneller. Aber Ladezeiten sind bei dem Spiel in der Regel echt lang, ne? Ja. Das hängt von den Add-ons ab. Je mehr Add-ons du drinne hast, umso länger sind die Ladebildschirme. Und dann natürlich von deiner Festplatte. Am besten eh so auf der SSD, ne? Ja, ja, hab ich auch. Das ist schön schnell. Ich habe zum Beispiel bei denen, mit denen ich nur Handwerke mache, nur die Handwerks-Deadies, habe ich alle Add-ons deaktiviert und da geht es echt schnell. Das Umloggen. Und hier bei dem, bei dem Großen, wo ich nahezu alle Add-ons aktiv habe, die ich habe, dauert das ewig. Ähm... Alle da? Ne, noch lange nicht alle da. Hast du das auf einer SSD, wo das Betriebssystem mit drauf ist, oder? Tja, das ist schlecht. Das sollte man nicht machen. Warum? Ähm... Weil das ja eh die Festplatte ist, wo er viel darauf zugreift. Und dementsprechend der Datentransfer für Lesung und Schreiben ja dadurch verlängert wird. Weil er auch das Betriebssystem immer wieder Daten zwischenspeichert in seinen Cash. Also, zweite SSD und da das Spiel drauf. Ja, das habe ich auch vor. Habe ich aber nie. Tja, kaufen. Es sei denn... Alex, kannst du Nakapi nochmal einladen? Denke ich, dass ich das kann. In Gruppe einladen. Ich habe es nie gesehen, tut mir sorry. Das ist so leuchtet wieder. Geht doch. Also, wir reden im Hohortenloch. Wir können dann noch was machen, ja klar. Alex geht auf jeden Fall auch mit, weil er braucht einen Helm. Ich? Ja. Nee, niemals. Warum? Weil Verbannungstelle 2 heute der Daily ist. Boah. Aber nur mit einem ordentlichen Tank, der das kann. Ja. Also geht zu Mario, Junge. Das bezweifle ich, dass wir den Mario dazu überredet kriegen. Ich auch. Nee, können wir schon machen, ne Runde. Aber ich würde trotzdem empfehlen... Ich würde nur noch irgendwann die, die der mischt. Haben wir nie. Raus. Alla, nee. Alla kippt um wie ne Glaskugel. Wir haben nur Ds. Mach scheiß doch alleine so. Achso. Dann musst du mal... Ähm... Dann... Musst du mal zu Spielerreisen machen. Hörst du? Hörst du? Ja, dann tust du. Gut. Musst du mal auf P und dann zu irgendeinem von uns reisen und dann nochmal herlaufen. Dass du in der gleichen Instanz rauskommst. Hihi. Jetzt habe ich wieder zwei Lebensbalken. Yay. Wir halten dich jetzt schon wieder von mir. Ich habe schon halb jetzt. Äh... Tom Pfand, willst du eigentlich mit? Ja. Ich lade dich jetzt... Ich lade dich jetzt einfach mit ein. Hi. Wirst du mit Weltbosse machen? Ja, ich bin dabei. Ja, super. Dann habe ich dich jetzt schon eingeladen. Kannst du uns porteln? Ich lade dich jetzt gerade. Ah, das sehe ich schon. Gar nicht mitgekriegt, dass du mit reingekommen bist. So. Wie? Ein Feuerball flog durch die Luft. Also wenn wir jetzt so viele sind, könnte man eigentlich nachher, wenn wir hier durch sind, auch noch einen Drachen machen. Ja. Wenn wir jetzt gerade so viele sind, sollten wir das eigentlich hinkriegen. Oder? Was denkst du, Ike? Auf jeden Fall. Denk schon. Da sind ja auch die Weiswürf genug. Super. Was bringt der denn alles mit? Was? Wer bringt Suppe? Irgendjemand bringt Freunde mit. Die wollen aber nicht mit uns spielen. Die wollen nicht mit uns. Und die haben alle gar keine 50 Euro bezahlt. Das finde ich echt schlimm. So, warum ich hier so jede Kasse vollkriegen? Ja, ich hatte es schon überwiesen in diesem Monat, ne? Sind wir jetzt alle da? Ja, ich glaube ja. Das sorgen sie alle. Für dich habe ich auch mit überwiesen. So, Mario. Geh zusammen. Das sorgen sie immer alle. Ich habe schon bezahlt. Ja gut, wenn du jetzt dann deinen Kontoauszug nicht lesen kannst, dann kann ich da wirklich nichts für. Ja. Ja, ja. Das ist mir untergegangen, weil da so viel draufkommt. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ich weiß schon gar nicht. Ich muss schon ein zweites Konto eröffnen, weil kein Platz mehr war. Ja, haben die mal gefragt eigentlich vom Finanzamt, wo das alles herkommt? Wie Finanzamt? Ja, muss man aufsteuern. Steuern? Was ist denn das? Ja, hä? Wie steuern? Das vorne im Auto. Ja. Ach, das? Das habe ich ausgebaut. Mir eine Minibar eingebaut. Spurhalter, Assistent, Abstandstempomat. Da brauche ich das Steuern immer. So. Das ist ja kibig, ne? Was fehlt denn euch jetzt noch? Ich habe hier alle. Braucht das Ding jemand? Oder kann ich das überhaupt weitergeben? Ja, könnte ich, ne? Kannst du weitergeben, ja. Ich denke mal, das wird niemand brauchen, oder? Ist nicht schlecht, aber ich... Also, ich brauche es nicht. Ich habe keine Ausdauer... Charaktere. Zunut, kannst du es verkaufen? Na, 900 ungefähr. Neben. Ja, sonst mache ich mir ein... Ich mache mir eh noch einen zweiten Schaden. Wenn es gar keiner will, dann kriegt der das. Ja, wollen wir denn noch nach, ähm... Ja, dann am besten jetzt, ne? Nach Drachenhausen? Braucht jetzt irgendjemand noch irgendeinen Weltboss, wenn wir jetzt eh gerade alle hier sind? Wir sind ja auch ein paar später gekommen. Aber eben haben alle gesagt, die haben die schon. Okay. Ja, das war unser kleiner Gildenausflug nach Morrovin, die Weltbosse umhauen. Vielen Dank an der Stelle an alle, die geholfen haben. War eine ganz lustige, äh... Veranstaltung, denke ich mal. Unsere Ala macht dann manchmal Fotos und erstellt dann so, äh... Schöne Collagen, äh... Wie ihr das hier seht. Und wenn ihr gerne auch mal auf so einer Collage sein wollt, also quasi mal mit uns zusammen irgendwas in Tamril machen wollt, dann könnt ihr euch gerne, äh... In der Gilde bewerben. Das geht mittlerweile ganz einfach, seit wir Partner-Gilde von Beam Me Up sind. Wenn ihr das Beam Me Up-Add-On verwendet, die neueste Version, dann könnt ihr hier oben auf, äh, Beam Me Up-Gilden und Partner-Gilden gehen. Und dann findet ihr uns hier unten in Stadunas Candy als einzige deutschsprachige Partner-Gilde. Könnt dann hier draufklicken und könnt euch dann bei uns bewerben und dann quasi mit uns zusammen durch Tamril gondeln. Gut, genug der Werbung an der Stelle. Dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Videos gefallen, dann abonniert doch bitte den Kanal, teilt, liked die Videos, kommentiert schön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!